Hier ist Literaturlounge.eu. Heute mit der Rezension zu Grand Hotel Angst. Ein Buch von Emma Gagné. Der Klappentext. Italien, März 1899. Die junge Nell reist mit ihrem Mann Oliver an die Lugurische Küste, um in Bordiguerra ihre Flitterwochen zu verbringen. Das Paar logiert im luxuriösen Grand Hotel Angst. Nell ist von dem großartigen Gebäude im exotischen Hotelpark und dem Blick aufs funkelnde Meer fasziniert. Doch zu ihrer Überraschung kennt Oliver nicht nur bereits das Personal und einige Gäste. Sie scheinen auch Geheimnisse zu teilen. Als ein Hotelgast überraschend stirbt, beginnt Nell nachzuforschen. Und stößt auf eine Geschichte von Schuld und Verrat. Und auf eine unheimliche Legende, die sie in ihren Bann zieht. Bis sie plötzlich selbst im Verdacht steht, ein Verbrechen begangen zu haben. Meine persönliche Rezension. Nachdem ich ja schon letztes Jahr gesagt bekommen habe, dass das Grand Hotel Angst rauskommt, habe ich mich umso mehr gefreut, als es endlich da war. Gut, oft ist es ja so, dass ich mich auf etwas besonders freue und dann gibt es eine Enttäuschung. Außer bei einer Buchmesse oder einem Gespräch mit einem Autor. Aber diesmal, ja diesmal, begebe ich mich mit Emma Gagné an die Riviera des Jahres 1899 und schlüpfe in die Figur der Nell, aus deren Sicht die Geschichte erzählt wird. Es sind ihre Flitterwochen, die sie mit ihrem Mann Oliver im Grand Hotel Angst verbringt. Das Erste, was ich gemacht habe, war, nach dem Grand Hotel zu googeln. Und ja, dieses Hotel gab es wirklich. Was die Autorin zumindest in dem Buch schafft, ist das Hotel in meinem Kopf auferstehen zu lassen. Mit ihren Angestellten, dem Luxus, dem Garten, um das Hotel und was sie noch alles in dieser Richtung beschreibt. Langsam wurde ich in die Geschichte gesaugt. Schritt für Schritt entwickelt man ein Gefühl für den Fluch, der auf dem Hotel lastet. Aber ist es wirklich der Fluch, der Nells Ehe schon in den Flitterwochen gefährdet? Ist es nicht vielmehr die fehlende Ehrlichkeit in der Ehe, die es Olivers geschäftigen Gegenspieler leicht macht, Zweifel in Nell zu sehen? Weswegen sich die beiden zusehendst empfremden. Und ja, das geht wirklich so schnell, wenn man in einer Beziehung nicht ehrlich ist. Dies kann einiges zerstören. Ich weiß, dass dies recht schnell geht und dadurch sehr bald man an dem Gegenüber zweifelt. Und auch der Luxus kann das Ganze nur begrenzt überspielen. Zumal Nell den Luxus gar nicht haben will. Dies wird immer deutlicher im Laufe der Erzählung. Sie zweifelt immer wieder an sich selbst, dass sie ihrem Mann einfach nicht glauben möchte. Oder einfach nur noch glauben möchte. Wer aber denkt, dass es so einfach ist mit Gut und Böse in der Geschichte. Und es sei doch klar, dass Oliver, der alleinig böse ist, beziehungsweise, dass er überhaupt böse ist. Den muss ich nun enttäuschen. Gerade diese zwei Seiten der Medaille machen das ganze Buch so interessant. Es sind immer wieder Kleinigkeiten, die den Unterschied machen. Die dazu führen, dass ich es nicht geschafft habe, das Buch wegzulegen. Mag es den Bädeker Reiseführer sein, der schon damals eine wichtige Rolle gespielt hat? Oder einfach kleine Beschreibungen der Gegend und deren Eigenheiten, wie zum Beispiel die Sachen mit den Palmen und dem Palmsonntag? Mit solchen Kleinigkeiten schafft es die Autorin, eine tolle Atmosphäre in die Geschichte zu zaubern. Es gibt auch immer wieder kleine Überraschungen, die das Ganze wie ein Ö-Ei wirken lassen. Es hat Liebe, Drama, überraschende Wendungen. Alles Zutaten, die eine gute Story zu einer tollen Story machen. Ich bin wirklich erfreut, dass dieses Buch endlich in meinem Bücherregal steht und ich es gelesen habe. Das Buch ist am 14. August 2017 entschieden im Penguin Verlag. Die Autorin heißt Emma Gagnier und es kann immer noch käuflich erworben werden für 9,99 Euro als E-Book. Viel Spaß beim Lesen wünscht euch euer Markus von Literaturlounge.eu. Das war's für heute. Bis bald bei der Literaturlounge.eu. Euer Markus. Die Autorin heißt Vielen Dank.